Peter Fehlmann hatte den Eindruck, es war eine sehr schwierige Piste heute. Ja, die Piste war eigentlich nicht so schwierig. Es schaut vielleicht schwierig aus im Fernsehen. Es war nicht so schnell wie in der letzten Probe. Aber es war eine super Piste. Berger Lauf und es hat eigentlich super Bedingungen. Persönlich mit deiner Fahrt, wie lautet dein Fazit? Ja, die Fahrt war relativ gut. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht mittel drin. Aber sonst einfach gut gefahren. Das Problem ist, dass ich nicht so schnell war. Und dann muss ich sicherlich anarbeiten. Aber ich muss halt noch ein bisschen dran gewöhnen an die Ski und den Neuden. Und vielleicht denke ich auch in Richtung zusammen. Das heißt also, letztes Jahr warst du sehr erfolgreich. Heute läuft es doch nicht ganz so nach Wunsch. Aber bist du trotzdem zuversichtlich? Ja, ich denke, ich fahre einfach nicht schlechtes Ski. Ich bin leider nicht so schnell. Sicherlich ist es wichtig, dass man schnell ist. Und es ist noch gleich mit meinem Foto. Aber ich denke, dass früher oder später wieder schnell sein wird. Und hoffentlich früher wie später. Vielleicht sogar morgen bei der Abfahrt. Ja, es wäre sicherlich wieder alles gegeben. Und das Beste probieren. Und ich hoffe, dass es gut geht.